Original russische Delikatesse, ayayalakala, yalablert. Xomka, Junge, das ist Kada. Siehst du auch direkt, dass das aus Russland kommen muss. Das habe ich noch nie gesehen. Kartbanane, Kotschorjana, Snack aus Riesenkalma. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Und die geilen Nüsse, Alter. Ratspa, Ratspa, Ratspa. Die Parkbanknüsse aus Moskau. Kabak.